Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Path of Exile 2 Podcast und ich habe heute zwar noch keinen Gast dabei, aber ich glaube dafür ein sehr interessantes Thema. Im Hintergrund zähle bereits, worüber wir uns heute hauptsächlich unterhalten werden. Wir werden jetzt nicht alles nur um sein Kommentar sich drehen lassen, aber wir werden auf jeden Fall einfach auf Diablo und auf Path of Exile zu sprechen kommen. Und hier möchte ich einerseits aus der Community ein paar Reaktionen beleuchten, genauso wie ihr auf dem Kanal bei mir Antworten hinterlassen habt, die werde ich hier auch präsentieren und besprechen mit euch zusammen. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare darunter allgemein zu diesem Thema, also Diablo gegen Path of Exile, warum dieses Thema eigentlich angestoßen wurde. Es wird ja nicht eigentlich von mir angestoßen, sondern indirekt eigentlich über diesen Twitter-Post hier, den wir im Hintergrund haben. Und ich würde sagen, in diesem Sinne steigen wir einfach auch damit ein. Was ist der Kontext von dieser ganzen Sache? Man kann natürlich bei jedem Thema und bei jeder Äußerung von jedem Menschen 100 Sachen reininterpretieren. Deshalb muss man das ja immer mit Vorsicht genießen, was gemeint wurde und ob er überhaupt, also der Rod Ferguson hier, der General Manager für die Diablo-Franchise bei Blizzard, ob er das überhaupt bezogen hat auf Path of Exile oder nicht. Warum viele Leute in der Community denken, dass er es auf Path of Exile bezogen hat, bzw. diese Antwort, einen Bezug zumindest dazu herstellt, ist das Datum. Denn vor ganz kurzer Zeit hier davor gab es den Livestream von Grinding Gear Games, wo der Early Access von Path of Exile 2 erklärt und angekündigt wurde. Und ja, es hat den Eindruck, als wäre Rod Ferguson vor seinem Computer gesessen, hätte es sich den ganzen Livestream angeguckt und dann auch noch das Q&A danach. Und dann hat er sich bei Twitter hingesetzt und hat geschrieben, Um das jetzt einfach in unserem deutschsprachigen Podcast auch noch auf Deutsch zu haben, hier die Übersetzung, die Twitter selbst anbietet. Es fühlt sich an, als würde das Genre ARPG, also Action-Rollenspiel, allmählich verschiedene Bedeutungen haben. Ähnlich wie Source-Like und Rogue-Like, frage ich mich, ob wir Diablo-Like für ARPGs normalisieren könnten, die der Diablo-Formel folgen. Das war letztendlich ein sehr generell gehaltener Tweet, aber das Timing von diesem Tweet macht es doch extrem verdächtig. Und so reagiert eben auch die Community drauf. Hier, das ist, soweit ich weiß, ein YouTuber-Content-Creator, der hauptsächlich jetzt was für Path of Exile macht. Also hier auch sehr viele Likes, Retweets und Ansichten allgemein von dem Ding. Das heißt, Leute haben hier krasse Reaktionen auf diese Reaktionen gezeigt. Scheint also irgendwo einen Nerv getroffen zu haben. Dann haben wir den Hawk, der eigentlich auch viel für Diablo 4 dann Content gemacht hat, auch einen Content-Creator. Also er interpretiert es eben auch so, dass Rod Ferguson es auf die Präsentation von Path of Exile 2 bezieht. Und es geht eigentlich durch die Reihe weg, also weiter. In a pre-release Video, Path of Exile 2 has tons more interesting content than Diablo 4, that has been out a year and a half with an expansion. And it's $30. So, also Path of Exile 2 kostet als Eintrittsbarriere im Early Access 30 Dollar. Wenn es als kompletter Release kommt, ist es kostenlos spielbar als Free-to-Play-Spiel. Also hier die harsche Kritik letztendlich am Inhalt und am Umfang von Diablo 4 in Kontrast zum Early Access von Path of Exile 2. Dann haben wir aber auch noch etwas, und das gucke ich mal, ob ich euch das ein bisschen vergrößern kann. Ein Kommentar, was ich kürzlich gesehen habe, von keinem Geringeren als Thomas Mahler, falls er euch nicht ein Begriff ist. Er ist quasi der Kopf hinter No Rest for the Wicked. Und das ist ja ein Spiel, was sich jetzt auch durchaus nochmal einen Namen gemacht hat dieses Jahr. Ich habe es ja auch gezockt, ich habe auch Videos auf dem Kanal zu diesem Game, was ja einen deutlich stärkeren Souls-like-Ansatz verfolgt, in einem gewissen Hack-and-Slay angehauchten Setting. Oder insgesamt, das Spiel erinnert natürlich stark an die Top-Down-isometrischen Action-RPGs. Und No Rest for the Wicked ist seine eigene Interpretation von dem und die Weiterentwicklung von dem, genauso wie es zum Beispiel ein Path of Exile ist. Und er sagt, I'd understand if someone like David Bravik, das ist der Erfinder von Diablo, would say that. But Rod, you didn't really have much to do with Diablo or ARPGs in general, until you joined Blizzard. So it feels a bit off-putting to hear you trying to put a brand on a genre. All you should focus on is to make the best product you possibly can and then let the communities decide where the chips may fall. Also, er wundert sich halt auch, dass Rod Ferguson dieses Statement macht. Und ich muss sagen, als ich das Kommentar gelesen habe von Thomas Mahler, habe ich mich persönlich auch in meiner Denkweise nochmal bestätigt gefühlt. Ich habe mir auch so gedacht. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass mal irgendwann letztendlich der Source-Like-Genre-Erfinder herkam und sagte, ich denke, Leute, wir könnten vielleicht mal sowas normalisieren wie Source-Like und alle Spiele, die so ähnlich sind wie meine Spiele, als Source-Like-Spiele benennen. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Oder dass der erste Erfinder von einem Game, was dem Roguelike-Prinzip folgt, dass der irgendwann gesagt hätte, ja, Leute, ich denke, wir sollten alle Spiele, die in Zukunft rauskommen und so ähnlich sind als Roguelike-Games betiteln. Thomas Mahler sagt das hier, glaube ich, also finde ich richtig, dass er sagt, man sollte das beste Game machen, was man kann. Und es ist die Frage der Community, es ist die Frage der Spielerschaft, zu entscheiden, ob sie Diablo-Like sagen möchte, was sie ja eigentlich und übrigens nebenbei angemerkt ja auch tut. Wenn man auf YouTube zum Beispiel nachforscht, was gesucht wird, dann gibt es definitiv Anfragen nach, was gibt es für Spiele, die so sind wie Diablo. Also auf Englisch Diablo-Like-Games. Also diese Suchanfrage existiert nur, das hat sich nicht als Genre etabliert, sondern nur als eine Suchanfrage, wenn man ähnliche Spiele sucht, die so ähnlich sind wie Diablo. Aber das scheint Wort Ferguson jetzt hier an der Stelle nicht genug zu sein. Und dazu möchte ich aber dann nachher noch was vortragen, von meiner Seite aus. Ein weiteres Kommentar ist, Also hier das, was manche eben aus der Community auch schon vertreten. Oder ein Mr. Lama letztendlich. Oder der andere Dubrovsky, glaube ich, oder wie heißt er? Auf jeden Fall, das sind Spiele und Content Creator, die nach dem Diablo 4 Release relativ zügig zu Diablo 2 und Diablo 2 Resurrected zurückgekehrt sind. Da gibt es jetzt auch eine Mod-Szene, die Mods macht für Diablo 2, also Resurrected. Und man sieht einfach, da ist irgendwie ein Teil von der Community verblieben, von den Diablo-Fans, die hängen an Diablo 2 Resurrected bzw. an Diablo 2. Und ich glaube auch, dass es da gute Gründe für gibt. Und darüber möchten wir uns unter anderem im Podcast heute auch noch unterhalten. Bevor wir das tun, aber noch kurz auch nochmal einen Einblick, was ihr jetzt direkt bei mir unter meinem Post in der Beitragssektion auf dem Kanal geschrieben habt. Nämlich hier, Hi Rulek, du hast geschrieben, viele hätten sich mehr Spieltiefe und Charakterentwicklung auch in Diablo 4 gewünscht. Aktuell ist man ja nach 15 Stunden im Endgame, hat sein Build abzüglich perfekter Werte ready und farmt nur noch mehr Sterne. So, also, ich bin natürlich immer auch auf eure Meinung unten in den Kommentaren gespannt. Ich habe immer die Seasons von Diablo 4 mal wieder kurz ausprobiert. Ich wollte sie eigentlich auch länger ausprobieren, also gucken, ob es mich einfach wieder catcht. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, reinzukommen bis zum heutigen Tag. Dazu aber noch kurz auch was, gleich im Anschluss, nachdem wir die Kommentare hier alle durchgelesen haben. Ich verstehe auf jeden Fall, was gemeint ist und was ich so mitbekommen habe von außen, was die Entwicklung von Diablo 4 aktuell so betrifft. Fegefeuer 23 sagt, fand das Timing ein bisschen komisch, also bezogen auf das Twitter-Posting von Rod Ferguson. Kann den, komisch, kann den Gedanken dahinter schon verstehen, wobei für mich immer der Überbegriff für solche Spiele Hack'n'Slash waren und nicht ARPG. Jupp, das sehe ich ähnlich. Hack'n'Slash beziehungsweise Hack'n'Slay. Für mich waren es auch immer Games in diesem Genre quasi als Untergenre von ARPG, wobei ARPG auch ein Untergenre von RPG ist. Und da würde ich es persönlich auch einordnen. Aber gut, die denken irgendwie, das ist einfach nur Action-Rollenspiel. Dann Darkness 801. ARPG ist für mich halt mehr in Richtung Witcher 3 und Horizon. Kein RPG und kein Action-Adventure irgendwo dazwischen. Das mit dem Post und dessen Timing klingt für mich nach Armutszeugnis. Ja, und da bist du nicht der Einzige. Da gibt es ganz viele Leute, inklusive mir, die einfach dieses Timing für sehr, sehr verdächtig halten. Und man muss ja auch dazu sagen, mittlerweile, dass Rod Ferguson auch in der Kommentarspalte zu seinem eigenen Post nicht zum Beispiel relativiert hat oder erklärt hat oder klargestellt hat, zum Beispiel, hey Leute, das habe ich gar nicht bezogen auf Path of Exile 2 gemeint. Das wollte ich einfach nur allgemein sagen. Also ich habe nichts gefunden bisher, dass er das irgendwie so in den Kontext gesetzt hätte, damit man es vielleicht richtig versteht, sondern er hat es so stehen lassen, wie es jetzt halt dasteht. Dann haben wir zuerst einmal das Joe Shelley Game Director. Genau, das war ein Fehler von mir. Ich habe Game Director zu Rod Ferguson gesagt, habe ich aber dann in den Kommentaren korrigiert. Rod ist für alle Diablo-Teile zuständig. Das ganze D4 versus Path of Exile ist meines Erachtens entbehrlich. Also man könnte es auch sein lassen. Erstens sprechen sie zu großen Teilen eine andere Zylt-Gruppe an. Zweitens kann man sehr gut beides spielen. Aber zum Thema, die PoE-Entwickler hatten sich doch schon öfters selber als Diablo 2-Fans geoutet. Richtig, die 2 war auch die Vorlage für den ersten Teil auch richtig, soweit ich das weiß. Ergo ist die Aussage nicht unrichtig, während Blizzard sich mehr an die Casual wendet, ist PoE halt für die anderen Seite ein Paradies. Aber ich möchte einige hier warnen. So gut PoE auch sein mag, der Zeitaufwand ist enorm. Eine kleine Anmerkung noch, ich spiele PoE 1 und D4. Beides macht mir Spaß, wenn man weniger Zeit hat D4, sonst eben PoE. Mir persönlich gehen allerdings Teile der PoE-Community ziemlich auf die Nerven. Zu jedem Diablo 4-Video ein PoE-Kommentar und so weiter. Dieses Fan-Gehabe passt zu so einem anspruchsvollen Game überhaupt nicht. Ein befremdliches, toxisches Verhalten. Also hier doch, ich weiß gar nicht, denn ich glaube, der Username ist nicht mit drin. Aber hier ein ausführlicheres Kommentar dazu. Lasse ich auch alles so stehen. Braucht man ja nicht irgendwie wegdiskutieren. Auch, ich stimme größtenteils zu manchen Punkten nicht unbedingt. Aber das ist ja auch nicht der springende Punkt hier. Das ist eure Meinung gewesen. Und zum Beispiel, dass die PoE-Entwickler selbst Diablo 2-Fans sind, das liegt auf der Hand. Und das haben sie auch, soweit ich weiß, auch früher mal gesagt, auch zum PoE 1-Release eigentlich schon, dass es die Vorlage eben war, dass sie einen Nachfolger, quasi einen, wie sagt man dazu, einen würdigen Nachfolger für Diablo 2 bauen wollten mit Path of Exile 1. Und, ja, das auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten, finde ich gut. Warum halt eben Rod Ferguson jetzt versucht, das zu forcieren, finde ich ein bisschen, ja, verletzte Eitelkeit vielleicht, ja. Dann Torben Mayer, Diablo, hm, ist das dieses viel zu teure und um den In-Game-Shop entwickelte PoE-like-Spiel? Also das ist auch ein bisschen, ja, man merkt den Beigeschmack dabei, aber fair enough, wie man so schön sagt, ne. Und das war's erstmal mit den Kommentaren von euch. Und ich möchte jetzt im Anschluss eigentlich noch ein paar Dinge vortragen von meiner Perspektive. Und wer meinem Kanal schon länger folgt, der kennt meinen Background, da ich aber weiß, es sind ein paar neue Leute auch dazugekommen. Schön, dass ihr übrigens da seid. kurz einfach was zu mir. Ich war ja rot im Release von Diablo 4 Feuer und Flamme, also ich war Hypetrain 100%, muss man so sagen. Ich habe über 100 Videos für Diablo 4 gemacht, bevor es überhaupt herausgekommen ist, ja. Ich habe Diablo 1, 2, 3 auch gespielt, wobei 3 nicht so lange. Ich habe aber auch in anderen Hag-and-Slay-Games Last Epoch, Titan Quest, Grim Dawn, Chaos Bane, Inquisitor Marton, Nox, Last Epoch und so weiter. Ach, wobei, Last Epoch habe ich schon genannt. Auf jeden Fall Hag-and-Slay-Games schon immer viel gespielt. Auch ältere Sachen schon gespielt. Und bin deshalb auch ein großer Fan von diesem Genre. Allerdings war es bei Diablo 4 so, dass ich nach dem Release, also der war ja Anfang Juni von Diablo 4, habe ich im Juli bereits mit Diablo 4 aufgehört und dazu auch ein Video gemacht. Ich schneide euch da wahrscheinlich kurz was rein, was ich da gesagt habe. Und das Zweite hinsichtlich Diablo 4 ist auch, dass ich einfach beim Zocken als Spieler ein, wie soll ich das sagen, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, ich kann euch tausend Gründe sagen, ich habe jetzt zwei Review-Videos gemacht, Teil 1 und Teil 2, ich habe positive, viele positive Sachen gehighlighted, ich habe aber auch Kritik geübt und so weiter. aber der einfachste Grund, den ich euch nennen kann, ist, wenn ich aus einem Spiel rausgehe, wenn ich ein Spiel gezockt habe und aus dem Spiel rausgehe, freue ich mich am nächsten Tag, möchte ich mich wieder einloggen und wieder spielen. Und es ist so einfach, wie es ist, ich bin heute hier und ich habe kein Bedürfnis, mich in Diablo 4 einzuloggen. Es ist einfach so. Und letztendlich ist für mich, dass mit Diablo 4 bis heute irgendwo noch ein Mysterium. Also ich dachte eigentlich, als ich die Beta zocken konnte, ja, das ist es. Und ich habe mir einfach dann im künftigen Endgame von Diablo 4 und in der Weiterentwicklung von Diablo 4 viel mehr versprochen und vor allem was anderes versprochen, als sich dann tatsächlich entwickelt hat. Und ich musste dann einfach nach, ich weiß nicht, wie viel es waren, auf jeden Fall über 200 Spielstunden, einfach sagen, was ich auch im Video letztendlich gemacht habe, ich habe ein paar einfach keine Motivation wieder einzuloggen. Also da ist einfach bei mir der Spaß flöten gegangen und ich kann euch bis heute nicht so detailliert begründen, ja, das ist deshalb und es ist deshalb. Ich kann nur vermuten und da kommt auch noch das, was ich ihm nachher noch sagen werde zu diesem Wort Ferguson-Kommentar und Diablo vs. Path of Exile, was ich da sagen werde, schließt sich da noch ein bisschen an. Auf jeden Fall war ich eigentlich selber nie groß begeistert von Path of Exile 1. Ich habe das damals, als es in der Beta-Phase war, habe ich es gespielt. Da habe ich ja auch was in der ersten Episode jetzt vom Podcast hier dazu erzählt und ich bin nie wirklich ins Spiel reingekommen. Ich habe nie reingefunden, bis ich dann zuletzt, jetzt dieses Jahr, einfach nochmal gesagt habe, hey komm, Path of Exile 2 kommt raus, jetzt gib dir doch nochmal einen Ruck, gib dem Spiel mal was über 20 Stunden, also ich habe das jetzt nicht gesagt, gib ihm plus 20 Stunden, sondern ich habe einfach mal über 20 Stunden gespielt und habe geguckt, hey, komme ich da rein? Entwickelt sich jetzt was? Je weiter ich reingehe, komm, geh nochmal einen Schritt weiter, geh nochmal weiter durch die Akte durch. Vielleicht macht es irgendwann Klick und ich bin froh heutzutage, dass ich es geschafft habe und es Klick gemacht hat bei mir. Denn so hat sich eigentlich für mich diese Motivation jetzt auch entwickelt, Videos mehr zu Path of Exile 2. zu machen und mich besonders überhaupt auf Path of Exile 2 zu freuen, weil ich durch diesen Klick-Effekt beim Path of Exile 1 spielen bemerkt habe, wie geil das eigentlich ist und wie viel Freude ich da drin haben kann. Und ja, mittlerweile bin ich zwar auch nur plus 80 Stunden im Game drin, aber für mich persönlich lange genug, um für mich sagen zu können, oh ja, ich sehe genau das Potenzial, ich habe jetzt noch Dutzende Ziele, die ich verfolgen kann, selbst in Path of Exile 1, aber ich freue mich jetzt vor allem auf Path of Exile 2 und als sozusagen Neuauflage von dem ersten Teil und mehr dazu auch gleich noch im Folgenden. jedenfalls habe ich damals, als ich Diablo 4 Content gemacht habe, auch mal auf Path of Exile 2 geblickt und habe sogar die Animationen kritisiert und ich war quasi so wirklich hyped für Diablo 4. Ich habe Diablo 4 auch verteidigt, weil ich einfach sehr viel drauf gehalten habe und mir sehr viel davon versprochen habe und wie gesagt, da ich in PoE nie reingekommen bin, bis zu der Zeit damals, habe ich da auch, war ich da einfach nicht besonders in dem Lager drüben. Und mittlerweile muss ich sagen und der Sache eigentlich schon ein bisschen vorweggreifen heute im Podcast, ich habe zu 100% das Lager gewechselt, muss ich ehrlich sagen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt als Content Creator, sage ich mal, Diablo 4 jetzt die ganze Zeit Kacke fand und jetzt aber seit Mitte des Jahres die ganze Zeit Diablo 4 Content gemacht habe und jetzt kommt PoE 2 und jetzt sage ich plötzlich, hey, kein Diablo 4 mehr, ich mache jetzt PoE 2, sondern ich habe halt da einen Cut gemacht, wo es mir keinen Spaß mehr gemacht hat im Juli und bin ja mittlerweile gar nicht mehr auf dem Film, dass ich sage, ich mache hier den Mega Content Creator Kanal draußen und so weiter und mache damit Kohle und so weiter. Das ist gar nicht mehr mein Ziel hier. Deswegen ist das hier wirklich von mir so gemeint aus der Perspektive eines Spielers und nicht aus der Perspektive eines Content Creators, der sich natürlich versucht, lange an den Spielen zu klammern, solange es Popularität hat, weil natürlich da viel mehr Views und viel mehr Cash rauszuholen ist. Das ist mir nur so ganz nebenbei. Aber jetzt möchte ich im Anschluss einfach noch sechs Punkte aufzählen, was die ganze Sache Exile versus Diablo angeht. und da wäre mein erster Punkt, dass Rod Ferguson ja anstößt, dass ein Genre nach dem Franchise benannt wird. Ein Franchise, das er seit ein paar Jahren managt, wie ja der Thomas Mahler auch angemerkt hat. Das hat kein Roguelike Manager gemacht und auch kein Soulslike Manager gemacht, wenn man es mal so plakativ sagt. Es hat sich halt so entwickelt in der Community und warum er das jetzt forcieren will, ist meinem Eindruck nach vielleicht verletzte Eitelkeit, nachdem er diesen Stream von Grinding Gear Games gesehen hat. Also mir kommt es eben so vor, dass er so ein bisschen andeutet, hey, ihr alle oder alle und auch Grinding Gear Games, die er jetzt Path of Exile 2 plötzlich so feiert. Der Stream von Diablo lief ja eigentlich genau in der ähnlichen Zeitspanne als jetzt dieser Präsentations, Stream von Grinding Gear Games für Path of Exile 2, was man ja auch mal im Hinterkopf behalten muss. Die haben dasselbe Datum gewählt als diese Ankündigung. Auf jeden Fall, ich denke, dass das so indirekt so eine Anmerkung war, hey Leute, vergesst nicht, woher ihr die Ideen habt. Vergesst nicht, liebe Path of Exile Spieler und Entwickler, woher diese Idee kommt. Sie kommt von einem Diablo-Spiel sozusagen. So kommt das Ganze für mich rüber mit diesem Timing gepaart. Und wenn es so gemeint ist, ich sage das extra, wenn es so gemeint ist, weil es ist nur eine Interpretation, dann muss ich sagen, tatsächlich verletzte Eitelkeit und wie ich finde, auch irgendwo ein schwaches Statement. Denn entweder du bist als Blizzard und als General Manager für Diablo zufrieden und stehst hinter den Entscheidungen für Diablo 4 oder du bist unzufrieden mit den Entscheidungen, die du selbst für Diablo 4 getroffen hast und die Entwicklungen, die sich daraus ergeben haben und dann musst du was anders machen. Und dann musst du einlenken und dann musst du die Dinge ändern. Und einfach dann auf die Seite zu schielen zu einem anderen Hack-and-Slay-Game, was es anders macht, vielleicht eine andere Zielgruppe eben auch hat und eine andere Herangehensweise an das Ganze hat und dann da versuchen, seinen Stempel aufzudrücken. Finde ich, ist der falsche Ansatz logisch betrachtet, es hilft Diablo 4 nicht. Das ist mein Nosterpunkt. Der zweite Punkt ist, Diablo und Path of Exile und da hat ja der, wo unter mir kommentiert hat, ich habe den Namen leider nicht drin, das war das längere Kommentar auf jeden Fall, Diablo und Path of Exile sprechen mittlerweile ihre eigenen Lager an. Also Path of Exile, D2-Spieler orten ich, würde ich persönlich sagen, eher den ehemaligen D2-Spielern zu, also Diablo 2-Fans, die dann gesagt haben, hey, warte mal, Diablo 2, habe ich mich jetzt zwar dran satt gespielt direkt, aber ich möchte so dieses Feeling haben weiterhin und das haben sie in Path of Exile vielleicht gefunden und sich dann eher dem Path of Exile-Lager verschrieben. Zwar gibt es hier, wie ich finde, keine Schwarz-Weiß-Kategorie, ich glaube, das wäre viel zu einfach, also dass man sagt, ja, alte D2-Spiele sind alle bei Path of Exile, so einfach ist es nicht. Und ich denke aber nicht, dass ich jetzt Path of Exile 2 als Diablo-like beschreiben soll, also ich fände, dass diese Forderung, fände ich, total absurd, weil das passt einfach nicht dazu, Path of Exile 2 jetzt dazu zu verpflichten, sage ich mal, indirekt, so moralisch, sage ich mal, sich so zu betiteln, wenn man sich den ganzen Livestream angeguckt hat und was Path of Exile mittlerweile ist. Man kann die Wurzeln zwar ehren, aber man braucht das definitiv nicht noch mitvermarkten, ja. Also ich finde, das ist weit zu hoch gegriffen. Der dritte Punkt, den ich heute vortragen will, ist, dass ich finde, dass Diablo 3 sich bereits von Diablo 2 verabschiedet hat und da kommen wir zu einem ziemlich großen Punkt, wie ich finde. Diablo 3 wollte schon anders sein als Diablo 2 und Dinge anders machen, als Diablo 2 sie getan hat und ich finde, Diablo 4 hat die Rückkehr zu Diablo 2 nur grafisch geschafft und das war auch persönlich mein größter Irrtum und mein Irrglaube vor Release. Also ich habe einfach gedacht, dass Diablo 4 viel mehr an die Wurzeln von Diablo 2 zurückgeht anstatt an das, was Diablo 3 mal war oder einfach Diablo 4 versucht etwas einfach anders zu machen und nicht mehr zurückzuschauen, hey, was haben die Leute eigentlich an Diablo 2 so geil gefunden, was war da eigentlich der Kern der Sache und das habe ich glaube in Diablo 4 nicht wiedergefunden und ich finde, im Gegensatz dazu hat es Path of Exile 1 schon irgendwie geschafft, diese Offenheit von Diablo 2 zu bewahren. Es war ja keine Kopie von Diablo 2. Es hat ja nicht den gleichen Skillbaum gehabt oder so oder die gleichen Klassen jetzt alles und alle in allem oder die genau gleiche Grafik oder den genau gleichen Soundtrack oder was weiß ich, was hat seine eigene Geschichte gehabt. Das Edelsteinsystem war was ganz anderes als Diablo 2, aber ich finde, auf seine eigene Art und Weise hat Path of Exile 1 es schon geschafft, seine Eigenheit zu haben und auf seine eigene Art und Weise dieses offene Spielprinzip von Diablo 2 beizubehalten und dazu gleich noch mehr auf jeden Fall finde ich, dass Path of Exile 2 jetzt dem Anschein nach allem, was wir bisher jetzt sehen konnten, das war schon einiges, was präsentiert wurde, dem Motto nach geht Never change a winning team. Verändere nie ein Team, was gewinnt aus dem Fußball und die handeln so, also Grinding Gear Games macht das, verfolgt dieses Motto, weil sie ja, wenn man die Endgame-Systeme anguckt, ganz viel aus Path of Exile 1 ist. Allgemein, grafisch auch, bleibt ganz vieles ziemlich ähnlich, was Path of Exile 1 hergab. die Items ganz viel ähnlich wie bei Path of Exile 1, das Edelsteinsystem besser gemacht als in 1, aber immer noch sehr stark erinnernd an 1. Der Skillbaum ist stark erinnernd an 1. Ja, und so weiter und so fort. Und ich glaube, im Kontrast dazu hat Blizzard aus welchen Gründen auch immer nicht auf Diablo 2 aufbauen wollen, sie wollten es anders machen, vielleicht wollten sie alles nochmal revolutionieren, aber auf jeden Fall haben sie es anders gemacht und haben nicht darauf aufgebaut, was Diablo 2, finde ich, hergab. Story-technisch vielleicht schon, sie haben die Story gewissermaßen irgendwo entfernt fortgesetzt, Descartes Kane ist quasi noch am Start und so weiter und es geht noch um Diablo und das sind Dinge, die drin sind und es sind auch Klassen zurückgekehrt vielleicht, wo man geliebt und geschätzt hat, aber was letztendlich das Skill-System angeht, was die Offenheit von dem Spielprinzip angeht, weil wenn man jetzt ja bedenkt, ist Diablo 2 schon ein hervorstechender Kandidat, wenn man sagt, ja die Leute spielen das brutal lange und man hat ja eigentlich offensichtlich sieht man kein gewisses Endgame in dem Sinne, ja es gibt kein konkretes Endgame-System von Diablo 2, sondern das Spiel selbst mit seinem mit seiner Item-Jagd und den Möglichkeiten, die einem da einfach geboten werden, haben sich Ball-Runs ergeben oder man macht Mephisto oder man geht häufig ins Q-Level rein und so weiter, es gibt Leute, die zocken das Ding hoch und runter, einfach weil das Item-System motivierend ist und weil sich doch geile Sachen basteln lassen mit diesem freien System, was Diablo 2 damals etabliert hat für sich selbst und den ganzen Style und das ganze Feeling von diesem Game, was ganz, ganz Besonderes ist, aber darauf wollte Blizzard nicht aufbauen, sie haben das nicht so, entweder sie konnten es nicht erkennen oder sie haben es erkannt und haben aber gesagt, hey, wir machen das ganz neu, wir machen das ganz anders und wir legen noch einen drauf und machen auch mit unseren ganz neuen Ideen wieder so ein Hardcore-Klassiker, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass sie damit so ins Schwarze getroffen haben, sondern vielleicht eher ein bisschen ins Klo gegriffen, wobei man dann eben auch bedenken muss, okay, was war das Ziel? War es hauptsächlich der monetäre Erfolg? Weil ich glaube, monetär gesehen, finanziell, ist ja trotzdem die Diablo-Franchise weiterhin sehr erfolgreich, denke ich, genauso wie Diablo 4 sich sehr gut verkauft hat, also daran ist ja jetzt nichts zu finden und was ich halt ein bisschen schade, also ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass ich ja eigentlich und das schließt an so einen Kommentar an, was unter dem Rod Ferguson-Post war, es gab seit 20 Jahren kein Diablo-Like-Game mehr, weil die anderen, also Diablo 3 und Diablo 4 haben sich letztendlich von diesem Diablo-Like, was D2 vielleicht war oder D1 auch, schon ziemlich verabschiedet und vielleicht haben sie da auch ein bisschen selber Schuld dran, dass sie sich diese Kritik halt auch gefallen lassen müssen. Der vierte Punkt ist, dass ich glaube, es hätte insgesamt Diablo besser getan, wenn es geliebte Systeme in den Nachfolgern beibehalten hätte, anstatt diese Systeme oder diese Offenheit auch zu verwerfen, und etwas vermeintlich Besseres zu versuchen. Also hier habe ich so Stichwörter wie zum Beispiel diese Overlay-Map, wo man einfach hatte in Diablo 2 so ein Path of Exile, hat das einfach gemacht und Diablo 4 hat jetzt aber keine Overlay-Map und das haben sie auch in solchen Death-Streams gesagt, nö, das wollen wir nicht mehr. Skillbaum ist anders, Items-System, Megadrama gewesen mit Diablo 4 jetzt eigentlich auch und Loot 2.0 und was das alles gab. Sie haben einfach immer alles versucht, sie haben alles vom Tisch runtergeschmissen und haben gesagt, wir machen jetzt hier irgendwas neu und anders und dies und das mit Diablo in den Folgeteilen und das ist halt Risk- und Reward-mäßig und ich denke, das ist halt auch ein bisschen dann selbstgemachte Probleme, mit denen sie da eigentlich durch die Gegend latschen letztendlich. Es kann sein, dass Path of Exile 2 das auch noch passieren wird, aber für mich persönlich sieht es bis jetzt verdammt viel nach Path of Exile 1 aus und da habe ich euch, glaube ich, auch schon einige Beispiele genannt. Wenn wir auch die Crafting-Materialien angucken, Endgame-Systeme und so weiter, sie haben diese bestehenden Systeme genommen, die sich in Path of Exile 1 etabliert haben, haben diese teilweise verändert, neu designt und einfach auch noch umfangreicher mit in den zweiten Teil mit reingebracht und ich finde diese Strategie, diese Herangehensweise extrem klug. Also gewissermaßen auch extrem cleveres Recycling und aber auch neue Gedanken, neue Ansätze fehlen ja ebenfalls nicht in Path of Exile 2. Das heißt, man kann auch nicht sagen, das ist einfach nur eine Kopie in besserer Grafik, sondern es sind halt wirklich neue Ideen, Verbesserungen und darauf aufbauende Ideen im zweiten Teil drin und ich finde das insgesamt einfach ziemlich clever gemacht, wie es sich bisher anhört und ansieht. Der fünfte Punkt ist, Blizzard versucht, Diablo meiner Meinung nach halt immer einsteigerfreundlicher und somit massentauglicher zu machen, weil die Zielgruppe dadurch größer wird. Das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe und ich glaube, dass die Zielgruppe von Path of Exile auch größer wird, aber im Gegensatz zu Diablo wächst sie, weil der Lerneffekt und Spaß am Builds bauen die Zielgruppe mit der Zeit von selbst vergrößert. Also gerade auch durch die Community, durch Wikis, durch Content Creation finden vielleicht mehr Leute einfach die Lust dran und auch durch das Free-to-Play-Prinzip finden immer mehr Leute Lust dran und sind quasi gehuckt in dieses Builds bauen und zu erkennen, was da für Potenzial drin steckt und ich glaube, dass diese Entwicklung Blizzard überhaupt nicht passt. Denn sie versuchen quasi durch kleine Feintuning-Arbeiten oder Veränderungen von den Spielsystemen oder anderen Spielsystemen immer mehr Leute für dieses Spiel, für Diablo zu begeistern, während Path of Exile bzw. Grinding Gear Games versucht, ein komplexes Spiel zu machen, was richtig Bock machen kann und sich durch dieses Bock machen einfach weiter trägt in die Community. Und ich glaube, das sind verschiedene Ansätze, die auf lange Sicht gesehen eben zu anderen Resultaten führen werden. Und ja, mein Eindruck ist einfach so, dass es Blizzard bzw. Rod Ferguson momentan einfach gar nicht in den Kram passt. dass sich Path of Exile auf diese eigene Art und Weise weiterentwickelt und größer wird und mehr Community bekommt und die Begeisterung dafür auch so positiv ist. Und ja, das ist der fünfte Punkt. Last but not least sage ich, ich bin, wie gesagt, etwa 80 Stunden bis im Plus in Path of Exile 1 unterwegs, aber ich verstehe halt mittlerweile, dass Path of Exile für mich zumindest mehr ein Build-Bauer ARPG ist, während Diablo 4 für mich hauptsächlich ein Action-RPG mit Klassenschwerpunkten ist. Also, natürlich kann ich jetzt auch aktuell nicht bewerten, so wie Diablo 4 zum aktuellen Stand ist, ja, weil ich es nicht mehr intensiv gespielt habe, ähm, auch jetzt nicht in der neuesten Season und so weiter. Deshalb weiß ich nicht, was sich alles sonst noch getan hat. Ich weiß nur, dass mich Season 1, 2, 3 auf jeden Fall nicht abholen konnten. Und was ich halt denke, ist, dass die Builds, die ich als möglich schon sehe und das Experimentierfreudige, finde ich im Path of Exile 1 bereits deutlich stärker als Diablo 4 und dazu möchte ich vielleicht auch noch kurz was sagen, was ich einfach von meiner Perspektive aus vielleicht ein bisschen besser erklären kann als jemand, der schon ewig lange drin ist, vielleicht in Path of Exile oder schon ewig lang drin ist in Diablo 4 jetzt. Wenn ich Path of Exile spiele und mich wirklich auf diese Systeme kurz einlasse und nicht nur versuche durchzuspielen, also Monsterschnetzel, Monsterschnetzel, Quest abgeben, Items kurz angucken, Monsterschnetzel, Monsterschnetzel und dann versuche irgendeinen Edelstein mal irgendwie in Rot oder einen Edelstein in Grün zu packen, sondern mal versuche das Edelsteinsystem zu verstehen und das Potenzial darin versuchen anzufangen zu entfalten, dann kann man innerhalb von kürzester Zeit ein Megapotenzial finden, nämlich man kann innerhalb vom ersten Akt eigentlich schon mehrere Skills ausprobieren und vor allem dabei schon sehen, wow, das macht mir richtig Spaß oder wow, der Skill haut richtig rein, besonders mit dem Unterstützungseidelstein X oder Y. Das ist die Voraussetzung, dass man das Edelsteinsystem in den Grundzügen versteht. und dann eine Kombination macht mit Fertigkeitsedelstein, Unterstützungsedelstein und dann diese Skills ausprobiert in diesen Kombinationen und dann relativ schnell für sich selbst entdecken kann, wow, bei der Klasse mit der Kombi, da macht dieser Skill extrem viel Laune oder extrem viel Schaden. Darauf möchte ich aufbauen. und das kannst du bei Path of Exile 1 innerhalb von den wenigen Stunden erkennen und du kannst dich innerhalb von wenigen Stunden ziemlich stark fühlen. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine ersten Stunden mit Diablo 4, habe ich immer versucht, zum Beispiel beim Jäger mal den Skill zu skillen und zu gucken, was passiert, einen anderen Skill zu skillen, gucken, was passiert, die Abwandlung oder die Verstärkung von dem Skill mit reinzupacken, gucken, was passiert. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den ersten Stunden irgendein Skill entdeckt hätte, wo ich gesagt habe, wow, mit der Kombi, da will ich drauf aufbauen, das will ich verstärken, das ist jetzt meine Mission für die nächsten 20, 30, 40, 50 Level. So, ich habe diese Mission nicht bekommen durch einen Hinweis im Skillbaum, durch den Skill selbst, dass es etwas Lohnenswertes gibt zu verfolgen. Und vielleicht liegt da für mich persönlich zumindest der Hund begraben, was meine Langzeitmotivation zum Beispiel für Diablo 4 angegangen ist. Ich habe das Gefühl, man muss bei Diablo 4 erstmal die richtigen Items finden und bis man die findet, hat man sozusagen keine Mission, nicht wirklich, was Builds bauen angeht. Und weil in der Grundbasis letztendlich kein Skill sich wirklich richtig krass anfühlen kann und man sich in den ersten Stunden nichts wirklich basteln kann, wo man den Skill richtig krass pusht. Vielleicht ist es mittlerweile anders, weil man sich ja durchboosten kann durch die ganzen Anfangslevels sozusagen, durch die Anfangsakte, wie er das Kommentar gesagt hat bei mir direkt unten drunter, das nach 15 Stunden schon im Endgame ist, was leider ja nicht so viel für das Early Game spricht, wenn man sich da durchboosten muss, um ins Endgame zu kommen. Aber ich denke, vielleicht ist da der Hund begraben für mich persönlich, dass ich in Diablo 4 einfach für mich keine Mission gefunden habe, was ich in puncto Builds bauen verfolgen möchte, weil so etwas vielleicht bei Diablo 4 erst dann kommt, wenn man die richtigen Items gefunden hat, und man dann erst auf die Idee kommt, ach, das könnte funktionieren und vielleicht kommt das zu spät, also im Spielverlauf zu spät für manche Spieler, wie mich zum Beispiel und deshalb vielleicht im Path of Exile doch mehr Langzeitmotivation finden können, auf lange Sicht gesehen. Und ich möchte nur sagen, last but not least, ich bin jetzt kein Hater von Diablo, ich bin immer noch ein großer Fan von Diablo, der ganzen Franchise, ich liebe das Setting eigentlich, ich liebe das, was ich in Diablo 2 hatte, ich mag auch extrem gut immer noch gerne, wie Diablo 4 von der Atmosphäre ist, die Animationen sind supergeil und so weiter Soundmäßig, alles sehr, sehr geil weiterhin, also ich möchte jetzt hier nicht gegen Diablo haten, auch nicht gegen Diablo 4 konkret, nur weil es mir persönlich keinen Spaß macht, ich möchte auch niemandem Spaß absprechen, wenn ihr an Diablo 4 Spaß habt, ist doch schön, darum geht es doch beim Gaming. Und ich finde, beide Games haben ihre Fans, beide haben ihre Lager, beide haben ihre Daseinsberechtigung denke ich mal und Blizzard sollte einfach für Diablo die richtigen Maßnahmen ergreifen und Grinding Gear Games sollte für Path of Exile die richtigen Maßnahmen ergreifen und sobald sie das tun, ist doch für alle alles gut. Und deswegen möchte ich nur zum Abschluss sagen, ich muss auch das Fazit ziehen, Path of Exile gegen Diablo braucht man eigentlich nicht machen, jeder hat entweder da mehr Spaß oder da mehr Spaß oder man kann es parallel sogar spielen. Ich glaube aber auch, dass man in Path of Exile mit wenig Zeit auch Spaß haben kann. Ich denke nur, dass es da mehr darum geht, sich auch mit den Systemen mal kurz auseinanderzusetzen, dass man Spaß und Freude daran empfindet, mit diesen Edelsteinen rumzuprobieren und sich auf eine Mission zu begeben, einfach herauszufinden, was die Skills so bereithalten mit den ganzen Kombinationen. Und wenn man daran Spaß hat, dann glaube ich, kann man in Path of Exile mega viel Freude daran finden. Ansonsten ist halt Diablo eher so für die Leute, die eine Story erleben möchten, die vielleicht ein bisschen geradliniger erst mal durchs Game geführt werden wollen, besser. Und ich finde, was die Atmosphäre angeht, zaubert Diablo 4, auch das 4, finde ich, trotzdem eine bessere Atmosphäre, muss ich last but not least sagen. Vielleicht ist es mit Path of Exile 2 anders, dass hier auch eine geile Atmosphäre erzeugt wird. Das werde ich dann sehen beim Early Access. Aber ich finde, beide Spiele haben was für sich. und deswegen der Anstoß war eben dieses salty Kommentar von Rod Ferguson direkt nach dem Livestream von Grinding Gear Games und deswegen auch heute das Thema hier im Podcast. Ich finde es unnötig. Ich finde es auch kein guter Move von ihm jetzt eigentlich, das so mit einfließen zu lassen. Wie gesagt, man soll einfach vor seiner eigenen Türe kehren und sich an die eigene Nase fassen. Und Grinding Gear Games soll sein Ding machen und Blizzard soll sein Ding machen. Und dann wird sich so alles entwickeln, wie es sich auch entwickeln soll. Und da braucht man nicht neidisch sein oder da braucht man nicht ein anderes Game niedermachen, um das andere Game besser zu machen, sondern einfach nur versuchen, das Spiel zu genießen, was einem einfach am meisten Spaß macht. Und ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt heute. Kommentare, eure Gedanken dazu da. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne vorschlagen, wenn ich vielleicht mal in den Podcast einladen soll als Gast. Würde mich sehr freuen hier, auch wenn jemand Content Creator ist und auch bei Path of Exile 2 was machen möchte, das gerade hier sieht. Gerne einfach mal unten einen Kommentar da lassen, dann können wir mal schauen, ob wir hier was auf die Beine bekommen. Bis zur nächsten Folge, schön, dass ihr dabei wart und ciao. Bis zum nächsten Mal.